Willkommen im Haus am Wattenmeer. Wer Ruhe sucht, ist hier genau richtig. Bis zum Zentrum und bis zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. Diese Ferienwohnung im Erdgeschoss bietet höchsten Komfort. Diese Wohnung verfügt über 43 Quadratmeter und ist ideal auch für eine Familie geeignet. So haben Sie im Wohnbereich ein sehr gemütliches 1,60 Meter breites Schlafsofa. Sehr schön ist auch die separate Lage der Küche und es gibt einen sehr bequemen Essplatz. Die separate Einbauküche ist komplett neu und voll ausgestattet mit modernsten Geräten, inklusive Geschirrspülmaschine, Mikrowelle und einer Senseo Kaffeemaschine. Die Fußböden sind mit Laminat bzw. Fliesen ausgelegt. Die Wohnung ist auch sehr gut für Allergiker geeignet. So wurden im Schlafzimmer Betten angeschafft, die auch für Allergiker bestens geeignet sind. Insgesamt ist diese Wohnung modern eingerichtet und frisch und hell gestrichen worden. Das Bad ist mit Waschbecken, WC und mit einer Dusche ausgestattet. Und ganz fantastisch ist natürlich die Südterrasse und der Garten. Wann möchten Sie hier Ihren Urlaub verbringen? Rufen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie! H� obe! Hää obe! Hää obe! Untertitelung des ZDF, 2020